Mein Haus, meine Frau, meine Tochter, mein Auto, äh, ne, mein Auto, mein Garten, mein Geld, mein Hund. Moment mal, äh, mein Hund? Ja, unsere Hündin heißt Hilde, ist jetzt acht Wochen alt und fühlt sich bei uns pudelwohl. Hilde ist eine kleine Labradorhündin, die entweder pennt oder blödsinn im Kopf hat. Quasi on oder off. Alles, was Hilde mit ihren kleinen scharfen Zähnchen erkunden kann, wird auch erkundet. Alles, was von uns nicht in Sicherheit gebracht wird oder bei drei auf den Bäumen ist, wird angeknabbert. Musik Da Hilde noch so klein ist, musste noch lernen, nicht in die Wohnung zu machen und das klappt eigentlich ganz gut. Naja, eigentlich. Das ein oder andere Malerchen mussten wir schon wegfischen. Hilde hat sich bei uns glücklicherweise schon von Tag 1 zu Hause gefühlt. Sie hat nicht einmal vermittelt, dass sie ihre Geschwisterchen oder ihre Mama vermisst. Hoffentlich bleibt das auch alles so und Hilde fühlt sich weiterhin bei uns wohl. Hilde. 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 Hilde.